War eine super erste Runde, ich kann mich gar nicht beklagen. Die zweite Runde in Folge. Ja, wo bin ich? Äh? Komm, 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 komm! Keine Ahnung, was das war, aber ja! Käse! Guck mal, was für ein fetter Käse! Du hast ganz nasse Pfötchen und hast schon wieder das Wasser ausgekippt, oder? Ja! Sie nickt einfach nur und haut wieder ab! Jo! Ich bin Rang 4! Pfff! Pfff! Pff! Pfff! Pfff! Geh dich vergraben, bitte. Geh dich einfach vergraben. Ja, wann jemand halt Geburtstag hat, ne? Ich bin Rang 5, wollte ich nur mal so sagen. Eigentlich Rang 1, aber ich bin gut. Ja, wo bin ich? For real? Keanu Reeves ist einfach... Oh. Ich hätte es auch gerne bald ab. Da war eine Fliege auf der Kamera. Ah. Hä? Oh! Ja, sie hat mich nicht gesehen. Peekaboo. Peekaboo. Was? Na? Warum? Besteh ich nicht. Warum? Okay. Gut. Und trotzdem. Lull. Mein Kompressor ein. Ach, ich hätte gleich in die Archive. Ach, Archive. breit ist. Wie ich da im Hinden geglitscht bin. Schön. Es self-care-t sich jetzt. Sie hat 100% Nurses. What the fuck? Macmillan! Ja! Digga, was machst du denn? Was war denn denn eben? Oh mein Gott! Das hat nicht funktioniert! Was? Was? Okay, Tab. Du bist einfach nur dumm. Wir heilen uns erstmal fix. Okay, ich glaube, ich weiß jetzt, wo Ruine ist. Stirb schneller! Ich würde gerne sterben. Los. Ach! Ah, da stand sie hinter mir. Matchmaking on point. Und er sagt auch noch, ich wollte freundlich spielen, aber ihr seid ja weggelaufen. Digga, bist du dumm? Du bist der Killer. Soll wir stehen bleiben und dir zuwinken, oder was? Ich habe lieber einen Double Deep Hip, als dass ich, ähm, als dass ich farme. Ich habe keinen Mehrwert davon. Ich habe Mehrwert davon, wenn ich eine Tüte rauche und high bin, als dass ich saufe. Oder trinke. Ich habe, ich habe keinerlei Ambition, jemals wieder auch nur ein Glas Sekt zum Anstoßen zu trinken. Möchte ich einfach nicht. Meine Truhe. Es ist meine Truhe. Ah! Ah, lull. Oh, das war ganz knapp. Oh, das war ganz knapp. Er hat mich nicht gesehen. Ja, David, warum läufst du denn nicht zur Tür? Ja, tut mir leid, David. Warum läufst du nicht zur Tür? Wo bin ich nur? Wo bin ich nur? Ist sie sowieso nicht entkommen. Ich habe bitteschön... Was? Ich bin gekovid. What the fuck happened? Wie kannst du es wagen, mich auf Quentin aufzupassen? Was bist du für ein Monster, Meg? Guckt es euch an, wie sie jetzt hier hinter dem Baum hervorkommt, diese Meg? Was ist die Wahrheit? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was bist du? 1-Corgue, 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 1-Corgue 1-Corgue, 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 1-Corgue Cork! Cork! Einfach nur Cork! Ich liebe es, Doktor zu spielen. wenn ich mal killer spiele je nachdem ob es noch ein kommt aber raus rein reinpasst heute reden reinkommen reinlassen es ist doch alles das gleiche ich kann nicht wo 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 ich sag wo 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 wo